Willkommen bei ZFH im Onlineshop der Lüdelmann & Zankl AG. Ich habe heute durch Zufall mal einen etwas älteren Beno auf dem Hof stehen. Dieser ist 15 Jahre alt. Das interessante daran ist, jetzt nehme ich mal das Stativ in die Hand. So, da haben wir Domlagerkappen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es darunter aussieht nach 15 Jahren. Indem ich die einfach mal runterdrehe. So, neu wie am ersten Tag. Also, Domlagerkappen, wofür sind sie da? Um die Schraube vom Federbein vernünftig vor Korrosion zu schützen. Und dann sieht das nach 15 Jahren darunter so aus. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. In diesem Fall ist das kleine Teil, sorgt es dafür, dass der Mechaniker, sollte das Federbein gewechselt werden müssen. Nicht eine Viertelstunde damit beschäftigt ist, die Schraube zu lösen. Mit Karamba, Rostlöser, ähnlichem wie auch immer. Sondern, da wird der Schlagschrauber angesetzt, dann ist die Schraube los und es kann weitergemacht werden. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage wie immer, bis denn dann.